ja hallo ich bin hier bei meinem freund dem baum bei der winterlinde und habe festgestellt gerade dass ich mich geirrt habe diese knuppel die ich gesehen habe sind nämlich blüten geworden und ich habe mich gerade noch mal informiert die blüten also der nektar von einem baum beträgt circa zweieinhalb kilo also der honig der daraus gewonnen wird ich glaube von dem baum hier ist ein bisschen mehr wie zweieinhalb kilo weil ich hab euch ja mal schon mal gezeigt wie riesengroß der ist also ich habe jetzt ein bisschen mehr über bäume gelernt und habe festgestellt dass die eiche nur 200 jahre älter wird das hört sich bescheuert an nur 200 jahre weil die eiche wird 1200 jahre alt und die winterlinde 1000 das ist für uns utopisch als uns für uns menschen dafür sind wir viel zu zerbrechlich hab euch ja schon mal gesagt dass ich habe euch ja schon mal gesagt dass diese blätter von der linde sehr lecker schmecken und ich werde mir da auch noch mal was genehmigen und der baum ich finde einfach nur genial ich kann nicht weiter zurück sonst falle ich runter ja mit meinem irrtum dann war es das für heute bis deine ciao